hallo und herzlich willkommen zurück ich freue mich tierisch dass ihr wieder dabei seid ich bin der super vati und wir spielen zusammen wolfenstein young blood ja die waffe die pistole habe ich jetzt eigentlich maximal aufgelevelt da bin ich gerade schon bei gewesen und jetzt gehen wir nämlich in den untergrund ich habe den für die mission ausgewählt von claude den waffenmeister findet den untergrund und da müssen wir irgendwo ich denke mal durch ein loch da können wir nicht da will ich nicht ich glaube ich versuche es noch mal über der da ist nichts hier komme ich auch nicht durch da hinten 75 meter schärfschütze aber ich will noch kurz gucken die waffen diesen hier da kriege ich nämlich auch ne da kriege ich keinen ich brauche noch irgendwie kugelgewehr sturmgewehr mündung schalldämpfer das kriege ich aber alles erst ab 25 so eben schnell an diesen hier anschleichen 41 meter in die richtung so hier können wir noch unbeschadet hin verdammt nochmal na da war die ist die mir in den weg gegangen ich glaube das nicht ja wie komme ich da denn jetzt hoch na verdammt so jetzt aber und hier sehe ich jetzt keinen ist hier nicht auch der laserschneider drin da will ich eben einmal kurz gucken ach hier kommen wir dann lang ach so und da ging es nach ähm zum 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 bruder genau ja jetzt weiß ich wieder was alles genau genau ne wir wollen aber hier lang na was war hier hier ist ja auch noch was war ich hier auch schon ja hier war ich auch schon aber da ich gerade hier bin kann ich das nochmal alles mitnehmen hier oh ne diskette haben wir noch gefunden dann war ich glaube ich hier doch nicht doch hier war ich das ja ich bin mir auch nicht absolut sicher so diskette haben wir auch hier ein paar mehr sehe ich gerade hier entschlüsseln oh hier ich habe den kunden für die kunden die kunden haben wir auch gefunden und was hat er hier das ist auch wieder was anderes gut dann haben wir das auch entschlüsselt so dann können wir auch wieder runter okidoki dann gehen wir hier mal runter klein berlin oh das wollte ich gar nicht wollte das hier ok jetzt ist doch stockfinster gut da kommen wir durch halt da war noch münze oh da ist er ja ich bin unterwegs na wie komme ich da denn jetzt hin also hier schon mal nicht aber da sind noch fette kisten ja ich bin unterwegs so da haben wir noch das das ist noch munition gut dann müssen wir jetzt erstmal hier runter richtig komme ich da wieder raus wenn ich da runterspringe da komme ich nicht rein und hier ist nichts mehr halt was für das da war noch was da ist noch ein bisschen siehste immer schön die arme aufhalten gut die waffe haben wir noch nicht lichterein ne ich glaube ich will da nicht rein die waffe haben wir auch noch nicht so was haben wir hier noch nichts mehr ob das wohl klagenwasser ist schön die luft anhalten so dann wollen wir hier mal durch die münze habe ich gerade beim reinkommen gesehen da ist einer ich habe ihn gesehen kommandant 2 den können wir noch nicht öffnen hey homie dich hole ich mir da ist noch ein kommandant so lade nach lade nach er kommt er kommt zack so das war auch wieder ein volltreffer jungen so lange geschlichen da bin ich noch nie wie viel habe ich noch habe ich den tot boah one shot das ist ja geil das ist geil oh junge junge dann würde ich mal behaupten dass ich den richtigen Weg gegangen bin so den kommandanten den hole ich mir zack da habe ich ihn da ist noch einer da ist noch einer zack den habe ich auch oh man war spannend siehste der läuft hier nämlich runter die missratte boom oh scheiße da kam er direkt um die ecke junge junge da habe ich aber Glück gehabt da habe ich jetzt Glück gehabt wo muss ich überhaupt hin 45 meter in die richtung scharfschütze den können wir auch mit der axt da oben ist nochmal so ein normaler dude so ein komischer da hinten war scheiße jetzt geht es rund hier boom den haben wir auch oh gott jetzt haben wir aber auch probleme hier doch junge 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 jetzt wollen sie es aber auch alle wissen doch so so direkt mal wieder ein bisschen verdammt nochmal noch verdammt nochmal doch und schwuppsi wupps ist mein vorteil weg haben wir es oh so viel waren das gar nicht ging ja noch so aber nichtsdestotrotz müssen wir nochmal zurück und alles einsammeln und alles einsammeln so hier haben wir nämlich noch munition alles einsammeln das haben wir ja ein riesen komplex haben wir hier ja ein riesen komplex haben wir hier aber mein schleichen wird mal besser aber hey mein schleichen wird mal besserer aber hey mein schleichen wird mal besserer lass ich da mal liegen lass ich da mal liegen okay so hier nochmal gucken oh das ist so eine elektrotür da kommen wir jetzt blöderweise nicht durch da ist noch ein bisschen was gut dann ist das doch hier der weg den wir laufen müssen überall liegen münzen rum Pistole nimm falls mal wieder einer kommt dann haben wir nicht gleich direkt Alarm so hier sind wir ach da ist er ja so jesse komm mal ne mehr hier merci beaucoup ja Junge was machst du überhaupt so was haben wir hier halt so den haben wir auch offen hier ist noch was ja dann war das das schon ja das war die mission ja gehen wir noch eben schnell zurück in die kanalisation ja am anfang muss man sich da ein bisschen durch wursteln wie das ist mit den ähm mit den missionen da hatte ich anfangs ein paar kleine probleme aber mittlerweile läuft das so da wollen wir nicht hin wir müssen dann müssen wir hier durch na verdammt na verdammt jetzt geht das schon wieder los na na ich wollte gerade sagen warum hängen die sich da denn hier hoch da sind noch ein paar dollars hier sind wir da da wollen wir nicht hin wir wollen ja zurück und dann müssen wir zurück müssen wir da hoch hier ist wieder einer von denen aber solange es nur einer ist ist das alles verkraftbar da unten ist wieder ein auch eine drone die hat mich fast gesehen und ein hund wa schnell weg bevor die drone mich sieht ja hier ist meist ein hund ne so und da wären wir schon jetzt müssen wir noch jetzt müssen wir noch Claude nee sag aneis 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 ah das wird bestimmt anders ausgesprochen so da müssen wir hin Caria und super Mädels ihr habt Claude gerettet Notre Cherami wenn ihr noch nicht dort wart schaut bei ihm an der Schießanlage vorbei ok salut ok Level 20 Schießanlage ah hier ist Schießanlage Was haben wir hier denn? Kurze, schnelle Feuerschlüsse. Zweites Magazin. Gut, den haben wir. Dann würde ich das mal mit diesen hier ausprobieren. Das geht aber nicht viel schneller. Weiß nicht. Gut, die großen Jungs sind die natürlich. Die normalen. Da geht das schneller, ne? Und was kann ich hier jetzt machen? Kann ich hier punkten? Oder was? Ne, wa? Ne, vielleicht später noch. Hallo. Ja, aber ich würde mal sagen, da sind wir auch wieder bei dem Ende der Folge angekommen. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.